Lesezeichen synchronisieren mit Xmarks Dieses Problem ist sicherlich bekannt. Sie surfen auf einem PC zum Beispiel im Büro und stoßen auf einen interessanten Link, den Sie gerne zu Hause in Ruhe ansehen möchten. Sie können nun die URL abschreiben oder hoffen, dass Sie die Website wiederfinden. Doch wir präsentieren Ihnen eine komfortable Lösung für dieses Problem. Sie lautet Xmarks. Das ist ein Add-on für Firefox, welches Ihnen erlaubt, Ihre Lesezeichen auf Ihrem Rechner mit einem Benutzerkonto zu synchronisieren und von einem anderen Rechner wieder aufzurufen. Zuerst starten Sie den Webbrowser Mozilla Firefox und geben die Internetadresse addons.mozilla.org ein. Suchen Sie mithilfe des Suchfeldes nach dem Add-on Xmarks. Wenn Sie es gefunden haben, klicken Sie auf Add to Firefox, um mit der Installation zu beginnen. Danach klicken Sie auf Jetzt installieren und schlussendlich auf Firefox neu starten. Nach dem Neustart richten Sie Xmarks ein. Füllen Sie das Formular aus. Sie können jedoch nur einen Benutzernamen wählen, bei dem an der rechten Seite ein grüner Haken sichtbar ist. Anschließend klicken Sie auf Benutzerkonto erstellen. Nur wenn Sie bereits über ein Xmarks-Konto verfügen, klicken Sie unten auf Einloggen. Anschließend geben Sie hier Benutzername und Passwort ein. Lesen Sie sich die Anweisungen durch und folgen Sie dem Assistenten. Xmarks synchronisiert nun das erste Mal Ihre Lesezeichen. Sie werden nun auf die Herstellerseite von Xmarks weitergeleitet. Klicken Sie auf My Bookmarks, um Ihre Lesezeichen, welche auf dem Server gespeichert sind, einzusehen. Fügen Sie zum Testen ein Lesezeichen im Ordner Lesezeichen-Symbolleiste ein. Klicken Sie dazu auf New und anschließend auf New Bookmark. Auf der rechten Seite erscheint ein Formular. Füllen Sie es aus. Unter Name wird der Anzeigename für das Lesezeichen festgelegt. Location legt die Zieladresse des Lesezeichens fest. Mehr müssen Sie momentan nicht angeben. Klicken Sie auf Next und schließen Sie das Fenster, um fortzufahren. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das kleine Symbol von Xmarks in der rechten unteren Ecke. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Jetzt synchronisieren und achten Sie auf die Lesezeichen-Symbolleiste im Browser. Wie Sie sehen, wurde das neue Lesezeichen hinzugefügt. Versuchen wir nun, den umgekehrten Weg zu gehen. Dazu rufen wir Google auf und erstellen anschließend ein Lesezeichen in der Lesezeichen-Symbolleiste. Wir synchronisieren erneut. Und aktualisieren die Seite, falls das Lesezeichen nicht sichtbar ist. So, nun wird es angezeigt und wir können es mit einem Doppelklick aufrufen. Nun wird es angezeigt und wir können es mit einem Doppelklick aufbauen. Untertitelung des ZDF, 2020